hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde sky factory 4 abonnieren und like natürlich nicht vergessen das würde uns freuen ganz genau und nachdem der fusion reaktor fertig ist geht es heute weiter mit dem fusion reaktor ja ein bisschen was für bauen ja ja henrik fang mal an also die fusions kurbel zu haben den fusions connector wird zu haben den fusions elektromagnet und transparent genau wir brauchen vom elektromagneten sowie den durchsichtigen zusammen etwa 900 blöcke für die größe und wir brauchen vom fusions connector 96 stück oder 100 also 100 ist und ein fusion score ich fange schon mal an die kleinteile im fusion score selber zu bauen weil ich gedacht habe ein chemischer reaktor dauert länger ok automatisieren denke ich mal oder ok habe ich eins ich glaube ich kann heute nicht so viel machen weil jetzt erst mal das blüffeln wir dabei darum klicken darfst heute mal so henrik hast du schon die decke gezeigt was du gemacht hast nein weil eigentlich das ja schon nicht gezeigt wurde ach so ja stimmt ja musst hier nicht ja wir können sagen wir nehmen jetzt diese folge im vordergrund auf damit die blöcke schon mal kraften können kümmere dich mal um größte beiner du hast was zu tun und crystal beiner ok der ist wo drin bei elite plating nein fusion core ja genau ist ja das wie die pläden crystal beiner dem möchte haben ok mache ich magnesium kreuz jung und ein krascht rodonit das geht schon los wo sie hier relativ oh gott ich hatte schon angst habe ich das schon ich bin hier gerade also brauche ich brauche ich brauche ich gut dann fange ich an mit dem connector zu automodellieren haben wir haben wir haben jetzt noch genug aber spätestens haben wir diesmal wieder nicht genug und bestimmt noch was nachkaufen müssen so kreuz im so fahrte christin leiser und nein und nein du willst mich darum bringen natürlich umbringt nur damit ich dich heute mal ergern kann ich habe gedacht das wird eine schnelle folge leute eine schnelle vorbereitungsfolge so krascht rodonit damit fange ich an krascht rodonit kriegen aus einem rockcrusher mit granit granit kriege ich aus diurid diurid ok sollte machbar sein ich fange mal mit dem leichten an ich mache das beteiligt schon mal weil ich habe nämlich meine aufgabe fertig die leading planning brauchen wir wirklich nur ja nur einmal also nur vier stück brauchen wir davon das heißt kürste beiner brauchst du vier mal vier ja so kann ich dir jetzt nein quatsch quatsch das war falsch was ich gemacht habe ich jetzt bei helfen andere oder ich bin gleich soweit rodonit musste ich noch mal mit dem quats zusammen kraften habe ich granit granit kommt hier in den rockcrusher und da kommt dann jetzt über zeit das zeug raus also kümmere mich jetzt mal ganz kurz um die kalonit zu fahrt genau das ist jetzt das was jetzt nächstes ansteht ist ja noch schlimmer als sulfotrioxid das ist wieder so eine ewig lange die oxyd molten sulfur nahe schwefel haben wir schwefel 96 schwefel haben wir bloß rockcrusher die umite zwei stück also ich gehe über ich mache sulfuric acid ja wo bist du jetzt na auch bei den crystal binder da den den kalzium sulfate ja da bin ich auch steht ja aus aus florid wasser und sulfuric acid kümmerst du dich ums florid wasser und ich ums sulfuric acid ich kümmere mich ums sulfuric acid oder ja mach ich oh nein nein das muss mich jetzt so oder weißt du was für eine ewige strecke wir bauen müssen ich fang an können wir hier irgendwas abzweigen ob man das ist so schwer wird hätte ich nicht gedacht zu ätzen meinst du zu ätzen oxygen und zu schul nein elektronise wir haben können muss erst mal so vorerst dann kann man so vorher stellen was bin ich schon habe ich schon hast du schon ja okay dann brauche ich ein schimmigen dass das so aufwendig ist das haben wir beide nicht gewusst ne ich habe so durchgeguckt scheiße die folge wird noch zu kurz wir haben echt gedacht die folge wird zu kurz braucht grafit jetzt sitzen wir wieder an der folge die bestimmt wieder zu lang wird zu lang wird so elektrolyse hier kommt wasser ist den falschen dort womit haben wir noch mal wasser geholt nur endlich eine wasserquelle gab es ja nicht hier rechts glaube ich niklerkraft oder oder sollen wir das da bei dir aufbauen ist vielleicht besser ne ja hier schon wasser und da haben wir schon ein paar substanzen ok nuclear war das und dann war das fusion also nuclear und in fusion ja alles klar da nicht dafür ok das ist ein meckernissen komme ich auch nuklearkraft water kann ich das auch über nuklearkraft machen was brauchst du denn habe ich hier da kommt erst mal guck mal ich habe hier schon ein bisschen was zu stehen hendrik kommt da raus dass man das strom immer alle geht so da müssten jetzt kommen jetzt vier flüssigkeiten raus ich brauche davon 1 in dem zusammen ich glaube die kabel sind blöd die ich mir hier gewählt habe die reichen nicht ja doch also es kommt raus hydrogen oxygen deuterium ich brauche oxygen brauche ich zweimal brauche ich oxygen also das ist doch gar nicht so einfach ich brauche ich auch dann brauche ich von nuklearkraft melde so schwer ist es doch noch nuklearkraft melder habe ich hier also schwefel macht er hier genau das brauche ich auch muss eigentlich wenn man jetzt das brauche ich irgendwo so furik asset ja nee okay okay jetzt dachte ich schon weil sich das so halt extrem nach dem anhört was ich auch gerade machen muss ich habe beide auf dem gleichen tricht der fluid mache ich mit wasser das heißt das wasser ist einfacher das ist aber nur oxygen jetzt musste ich das nochmal liquidieren ich kriege es einfach nicht mehr auf die reihe das war so bei ihnen schon so eine olle reihenfolge aber wenn du wirklich von nuklearkraft das ist ganz einfach eigentlich es ist nicht so kompliziert ja wenn ich immer dieses beschissene meckernissen dazwischen springen würde ja genau ich habe ja daher auch gerade mitgeguckt weil ich ja das auch machen wollte oxygen reicht mir oxygen ein chemische reaktor wir brauchen auf jeden fall ein anderes stromverteilungsnetz dahinter das kann ich dir jetzt schon sagen weil das reicht nicht warum kommst du jetzt kein oxygen hier an warum kommst du jetzt kein oxygen hier an weil die kabel kein oxygen leiten oxygen ist sauerstoff ist ein gas und kein dicken kabel sind ja auch nicht mehr dran so also weil ich irgendwas was glas leitet doch da sonst also echt ok diese kater nicht wahnsinnig Wo kommt der denn her? Der ist ein Enkel gespawren da. Ich krieg das Oxygen hier schon wieder nicht raus, ne? Das fängt schon wieder an, das hasse ich. Um mal kurz die Tür zu machen. Mach das. So, ich brauche erstmal eine Chest schnell. Eine Chest. So, wieder da. So, dann brauche ich von... Oh, weil man sich vertippt, ne? Ist das noch... Zeitklick. Item Extrusion 1. Usage Gas. Du transpositierst Gas. Warum machst du es dann nicht? Oxygen ist doch ein Gas, oder nicht? Bin ich jetzt so falsch? Oxygen müsste... Oder? Sauerstoff. Ist doch ein Gas. Atmen wir doch. Äh... Oxygen ist ein Gas. Ist doch hier... Wird er hier geleitet in der... Hier rein. In dem hier, ja? Ja. Hast du auch unten einen. Ja, von da kriege ich es. Kriege ich es. Kriege ich es aber nicht. Aus dem anderen nicht raus. So, haben wir dann... Enderium haben wir nicht. Ah... Wie? Aus Enderium? Hm. Wie kommen wir denn hier am Enderium ran? Aber trotzdem. Übertings nur. Und wir mystic Blümchen pflanzen. Was wirklich? Okay, die Stromzufuhr ist zusammengebrochen Ja, ich wollte ja gerade Stummkabel machen Ach, Henrik Wir haben doch die anderen, wir nehmen die Die ganz normalen Energy Pipes, die leiten 64.000 Ja gut, ich konnte andere machen Wir haben doch genug zu tun mit der Folge jetzt hier Ich will nicht, dass ihr euch trefft Das ist mir nichts So Hast du so ein Energieentnahme-Ding Hier oben einfach drauf Henrik, hier steht eine Kiste Braucht nicht zwei Ja, und was ist denn Energieentnahme? Naja, dieses Teil Da von dem Ding, von der Mod Achso, nö Ich hab die extra neu gemacht Hm? So Energieentnahme So Extra die Einmalen gemacht Oh nein Das ist auch sehr lieb So, ich bin schon bei Sulfodioxide jetzt Sulfodioxide jetzt damit So Sulfodioxide, jetzt kann's weitergehen Was sagt die Zeit? Weit drüber Nee, ich weiß noch nicht Okay Vielleicht sollten wir das echt noch schaffen Crushed Das haben wir und wurde In ein Ah, wir brauchen ja nicht viele Wir brauchen ja nur ein paar Stück, ne? Ja, ich weiß Prioxide, jetzt brauche ich ein Dioxide und Liquid Oxygen wieder Denn noch nur ein Schimmelke Reaktor Sollte machbar sein Sulfodioxide, Liquid Oxygen Wird zu so viel trioxid genau und das sofort trioxid jetzt mit wasser hast du die stromkabel in tasche alle ja doch mal mal viel kumpf so ein paar hat er hatte sofort sind auch wieder ein chemik reaktor so dann brauche ich ja nur noch ein hast du auch die flutskabel ja also die wasserkabel die blauen inventar ja was siehst du da wasser ne er war meist ist aber hinten doch ich brauche auch wasser also wenn du so lieb wärst wasser damit ist scheiße mal fahren oh nein ja die kannst du aber hier noch weghauen das ist nicht schlimm wenn ein kabel liegt ist ja ok so nehmen wir mal hier wasser raus und wo muss ich hin da brauche ich wasser an dem da oben an welchen da oben na an dem hier an den das ist ja gut das ist super strom hole ich dann in der mitte ist kacke ist jetzt von hinten da mit ran oh alter das wird jetzt ganz ugly aber passt da nicht gut so ja aber ich muss den strom auch noch hinten ran legen weißt du das kann ich hier auch von der seite ran kannst du hier noch ein flüssigkeitsding oben drauf machen eins müsst es noch haben ne hier auf den oben drauf ja ok ich baue mal noch ein paar so eine rohre war dass wir das denn auch noch schaffen sulfuric acid da ist er das ist ein bisschen komisch aus aber ist mir vollkommen nah ne henrique sie sind da so energiekabel ok und fluid also meine meins ist soweit am start meins ist auch fertig muss jetzt bloß noch zusammen ja meins kommt hier oben aus nein verkackt ich muss das kabel ja auch immer umgehen was soll ich sagen 28 und da kommt mein schau na meins ist da oben wirklich das letzte ding auch was ich angeschlossen habe muss es da also auch was kannst du nochmal so ja ich habe alles habe eben gebaut dann musst du den hier vorne raus leiten leider und dann musst du den da oben das teil nicht da oben ran setzen sondern hier oben drauf auf den ja genau oder machst du hier oben ran dann und du willst jetzt noch eine maschine da brauchen wir noch eine was ist das was noch fehlt fusion war da war da war da war da war da ein kuss schimmig reaktor um beide zusammen zu machen okay dann kommt das kabel und dingsteil raus und da brauchen wir noch mal ein crystaliser Reaktor. Einen Crystallizer brauche ich. Gut, Check, Chemiky Reaktor steht. Ah, der Crystallizer brauche noch eine Minute. Kommt nur zwei Flüssigkeiten raus, wenn wir es beide zusammen machen. Hast du noch einen zum Ausziehen? Ja, sofort. Ich musste die Extraktionsrate gerade der Energie hochstellen, weil ansonsten reicht es nicht. Wo brauchst du denn? Ne, hier vorne ran am besten oder oben rauf. Da muss nur eins raus. Können wir das irgendwie sagen, dass da nur eins rauskommt? Ne, ne? Vitrofluoric, Essig und Calcium. Was brauchen wir denn davon? Calcium-Sulfate-Solution? Ja. Ne, können wir nicht. Müssen wir hoffen, dass das rausgeht. Ja. Warum hat er keinen Strom? Was ist das, wie ich wieder von kleiner? Robert. Ich weiß nicht, wo er keinen Strom hat. Ich weiß nicht, wo er keinen Strom hat. Strom ist eigentlich angeschlossen hier drücken. Ja, ist ja. Kabel. Möber. 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 Oder der braucht vielleicht erstmal irgendwas. Jetzt hat er. Vielleicht mag er von hinten keinen Strom. Aber warum zieht er das nicht raus? Ähm, setzen wir das Kabel nochmal neu. Jetzt. Da war wahrscheinlich das andere in dem Kabel drin, ne? Ah, durch gehabt, ne? Und dann schmeißt er das nicht oben rein. So, Speed-Upgrade rein. Noch eins. Mach hinne. Da, Calcium-Sulfate. Wir brauchen eigentlich plus zwei. Ne. Glaube ich. Doch, da kommen immer zwei raus. Achso. Dann brauchen wir vier. Also brauchen wir zwei, vier, sechs, acht. Okay. Vier haben wir schon. Und was liegt das jetzt? Ah, hast du noch ein paar Updates hier? Hauen wir hier noch ein paar Updates rein. In den hier. Wo ich draufstehe, so halb. Hab ich nicht mehr. Dann müssen wir hier ein paar rausklauen. Ich hab, ich wohne noch mal hier. Gut. Bei der war glaube ich jetzt das Borderlack. Und wir hatten... Oh, sieht schon besser aus. Jawohl. Aber das Fluid-Essenz ist dran. Das Fluid-Wasser hat gefehlt. Sieben. Ja. Hier sitzt wieder das andere Wasser jetzt drinne. Gerade. In dem Kabel. Aber ein bisschen Verlust, ne? Ne. Das falsche sitzt hier drinne. Diese Acid, weißt du? Die Säure setzt sich hier mal rein und... Die kann er ja nicht verarbeiten. Das heißt, ich clear den Tank mit der Acid und stelle dann ganz schnell das Ding da drauf. Und dann ist oben kein Zufahrt drinne. Könnte man wahrscheinlich besser automatisieren. Wie in Eni. Da haben wir es ja auch. Komm, 8. Das war's. Mann, die Folge ist viel zu lang, aber wir haben es. Äh. Fusion. Core. Die Elite Plating. Die Crystal Biner. Und 16 Crystal Biner. Jetzt machen wir die Elite Plating. Na drinnen nicht. Du Plating fehlt. Und tschüss. Gute Nacht. Wollen wir noch zeigen, wo wir das hinstellen? Nein. Wir können noch eine eigene Folge machen. Was denn? Uranium 238. Und ne ne. Wo hast du das denn jetzt her? Guck mal an den Fisurs. Du Splating. Ja, davon brauchen wir vier Stück. Nein, das war wieder die komplette Reihe, ne? Ah, ja. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sagen. Das schauen wir mal rein. Das machen wir nicht in dieser Folge. Gut. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Und dann habt einen wunderschönen guten Tag. Haut da rein. Alter vier.